Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am 1. März, ein Tag, nachdem ich gestern das erste Video aufgenommen habe mit der Frage, wie ich sie hier eben mal zeigen will, auf meinem Kanal, mit der Frage, ob ich das Buch, die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit bis heute von Griesinger von 1866 lesen soll oder nicht. Die Antworten, der Rücklauf war bis jetzt so reichlich, dass ich also ganz sicher davon ausgehe, dass ich das Buch lesen werde. Deswegen bin ich heute, einen Tag später, hier heute Abend hingekommen und werde das jetzt gleich machen, den zweiten Teil lesen. Ihr seht, im Augenblick ist es nach 10 Stunden hochzuladen, das Video 259 mal angeschaut gewesen und ich glaube, das hat 10 Daumen hoch oder mehr Daumen hoch bekommen für die Lesung. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich das dann halt lesen werde. Da werde ich da jetzt mit anfangen. Ich möchte mich zuerst bedanken bei denjenigen, die sich die Mühe gemacht haben, rauszusuchen, ob es den zweiten Band vielleicht gibt, den ich so einfach nicht gefunden habe. Und siehe da, ich habe gestern selbst ein paar Links gefunden und mir wurden auch Links zugeschickt. Und ich habe einen gefunden, der sich zwar nicht als PDF offenbart hat, aber wo man auf ein PDF kommt. Und da gibt es hier, das seht ihr jetzt eingeblendet, die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Dem deutschen Volk erzählt von Theodor Griesinger, zweiter Band. Also ich habe auch den zweiten Band hier und wir wollen mal sehen, wie jetzt der erste ist, weil ich kenne ihn ja nicht. Ich ging nur davon aus, dass der Griesinger ein ordentliches Buch geschrieben hat, weil das Gedicht am Anfang, das ich ja auch gestern vorgelesen habe, wo ich ja das extra Video Teufelskind eine ganze Zeit ja schon von der ganzen Zeit gemacht habe. Da fängt ja das, das habe ich dann eingearbeitet in die erste Lesung, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmund Peres. Also es ist ein einzelnes Video auf meinem Kanal und es ist eingearbeitet in das allererste Video, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Als ich dieses Gedicht damals gelesen habe, habe ich gesagt, von das Buch muss ich lesen, das muss ja unglaublich gut sein. Und ja, das machen wir dann jetzt halt zusammen. Also ich habe mich heute hier eingefunden, um zu sagen, wir lesen jetzt das Buch, wie wir drüber gesprochen hatten, von Theodor Griesinger. Und wir sind gestern geendet auf Seite 27 im PDF, wo es darum ging, dass Ignatius von Loyola jetzt ein plötzliches Ungefähr widerfährt, also ein Unglück widerfährt, dass all diesen glänzenden Aussichten mit einem Male ein Ende machte. Über welche Aussichten das geht, könnt ihr gerne die erste Lesung nochmal anschauen. Und dann werdet ihr das ja sehen. Und wie gesagt, ich werde dieses Video hauptsächlich jetzt auf meinem zweiten Kanal hochladen. Und da könnt ihr euch dann ja auf den Kanal auch bitte abonnieren, wenn ihr das hier seht. Also fahren wir fort und werden uns weiter interessieren für die Geschichte von Ignatius von Loyola. Im Jahr 1521, also das ist ein interessantes Jahr, das ist das Jahr, wo Martin Luther damals vor der Diät, oder wie nennt man das, im Englischen heißt das Dial of Worms, im Deutschen, also vor dem, in Worms erscheinen musste und seine Schriften zurücknehmen musste. Das war 1521 auch. Und in dem Jahr belagerten die Franzosen, angeführt von Andreas von Foire, Herren von Esparre, die Stadt Pampeluna. Und am 20. Mai 1521 kam es, nachdem Bresche geschossen war, zum Sturme. Ah ja, nachdem eine Bresche geschossen war, kam es zum Sturme, ja, okay. Die Verteidigung der Zitadelle war aber einem Mange, nämlich gerade dem Don Inigo von Loyola anvertraut, der entschlossen war, sich eher unter den Ruinen zu begraben, als seinen Heldenruhm durch eine feige Übergabe zu beflecken. Und so konnten die Franzosen keinen Fuß breit Boden gewinnen, ohne ihn mit einem Strom vom Blut zu bezahlen. Da ward der tapfere Loyola mitten im hitzigsten Gefecht, durch ein losgerissenes Mauerstück am linken Fuße verwundet, während im selben Momente eine Kanonenkugel sein rechtes Bein zerschmetterte. Und nun hatte auf einmal aller Widerstand ein Ende, denn die Spanier verloren, als sie ihren Anführer fallen sahen, den Mut, also die Spanier verloren, als sie ihren Anführer fallen sahen, den Mut und ergaben sich auf Gnade und Ungnade. Der französische Befehlshaber erwies sich sehr artig und ließ den verwundeten Don Inigo durch seine eigenen Wundärzte verpflegen. Ja, nicht genug an dem. Er entließ ihn sogar nach 14 Tagen ohne Lösegeld aus der Kriegsgefangenschaft und gestattete ihm, sich zur Vollendung seiner Kur nach dem väterlichen Stammschloss transportieren zu lassen. Letzteres geschah sofort. Allein so sorgfältig man auch zu Werke ging, man trug den Verwundeten in einer Sänfte. So hatte die Reise doch einen fast mehr als schlimmen Erfolg. Wie es scheint nämlich, verschob sich der Verband und die schnellstens herbeigerufenen Ärzte erklärten, dass man den Knochen vom Neuem brechen, respektive die große, bereits halb verharschte Wunde, vom Neuem aufreißen müsse, wenn Loyola richtig geheilt werden wolle. Es war dies eine grässlich-schmerzhafte Operation, in dem eine Menge von Knochensplittern herausgenommen werden mussten. Allein der mutvolle Loyola gab deswegen doch sogleich seine Einwilligung dazu und hielt dieselbe auch wie ein Held aus. Nicht ein einziger Schrei entfuhr ihm, während die Doktoren ihn aufs Grässlichste marteten und als seine Schwestern vor Mitleib in Tränen ausbrachen, zwang er sich sogar zu einem freundlichen Lächeln. Der Blutverlust und das Wundfieber brachten ihn aber doch so weit herunter, dass man für gut fand, ihn mit dem Sterbsakramenten zu versehen und zuletzt erklärten ihn selbst die Ärzte für unrettbar verloren. Trotzdem kam es nicht so weit, sondern seine gute Natur siegte über die Schwäche und er fing an zu gewunden, zu gesunden, obwohl freilich nur sehr langsam und im Verlauf verschiedener Monate. Da gehen wir mal eben in die Fußnote, die er uns hier gibt und in der Zwischenzeit werde ich euch mal ein Bild von Loyola hier mit reinstellen, dass wir mal ein anderes Bild sehen, als das, was wir jetzt hier gerade haben. können wir ja zum Beispiel mal, wo findet man ein schönes Bild von einem schlechten Mann. Ich habe so viele Bilder von Loyola. Nehmen wir halt das hier mit seinem Buch Ad Maiorem Dei Gloriam. Das ist das Motto der Jesuiten zur größeren Ehre Gottes. Dann nehmen wir das Bild hier halt mit rein. In der Fußnote lesen wir also, seine Geschichtsschreiber leiten diese Wiedergenesung von einem Wunderwerk des Apostels Petrus her, in dem letzteren ungeheuer viel daran gelegen sein musste, den Ignaz von Loyola wenigstens so lange am Leben zu erhalten, bis er den Jesuitenorden gestiftet hatte. Soweit die Fußnote. Allein wehe, wie er nun endlich das Bett verlassen und wieder im Zimmer auf- und abgehen durfte, da zeigte es sich, dass sein Bein um einen Zoll zu kurz geworden war und außerdem, und über dem ragte unter dem Knie ein hässlicher Knochen hervor, der es ihm unmöglich machte, hohe, eng anliegende Stiefel, wie sie damals Mode waren, zu tragen. Das war ein Unglück, welches seine Eitelkeit nicht verschmerzen konnte. Und somit erschloss er sich vor allem, den verwünschten Knochen wegsägen zu lassen. Die Ärzte erklärten dies für ein großes Wagnis und zudem für eine unendlich schmerzhafte Operation. Allein er bestand darauf und der Knochen ward abgesägt. Kaum hatte er dies überstanden, so ging er daran, sein zu kurz gewordenes Bein zu strecken und ließ sich zu diesen Behufe eine eiserne Maschine fertigen, in welche sofort das Bein eingeschnallt wurde. Nun drehte man, bis die Muskeln sich länger und länger dehnten und trotzdem dies ein Schmerz war zum Wahnsinnig werden. So ertrug noch Loyola zum besten Beweis der grandiosen Energie, die er besaß, alles standhaft. Allein leider blieb das gehoffte Resultat weit hinter den Erwartungen zurück und die Gnatz durfte sich's nicht länger verhehlen, dass er für sein ganzes Leben ein Hinkender sein werde. Über dem sagte ihm der Spiegel nur zu deutlich, dass seine Züge infolge des langen Krankenlagers und der tollen Schmerzen alt und verzerrt, so wie dass sein Haar dünn geworden und auf seiner Stirne Runzeln entstanden seien. Es war zum Verzweifeln. Ja, wenn man eitel ist und dann halt nicht mehr gut aussieht, ist das zum Verzweifeln. So wie die ganzen Morals, die sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, wie lange sie mit ihrem Aussehen Geld verdienen können. Und dann sieht man solche Leute, wie ich hab letztens, wie hieß die da wieder? Ich glaub Dunja Reiter oder so, im Fernsehen kurz gesehen, die hat sich auch mit Botox kaputt gespritzt. Also, naja, ganz so hässlich wird Loyola wohl nicht gewesen sein, aber ja, damals hatten sie auch noch keine Botox-Spritzen. Aber es war jedenfalls zum Verzweifeln und seine Eitelkeit hat wohl einen starken Schlag erlitten. Er, Loyola, der bisherige Liebling der Damen, der durch seine Liebenswürdigkeit alle seine Nebenwohler ausgestochen und wo er hinkam, Neid und Verwunderung zugleich erweckt hatte. Er sollte nun an, er sollte von nun an hint anstehen, vielleicht gar ein Gegenstand des Mitleids und des Achselzuckens werden? Nein! Diese Qual hätte er nicht ausgehalten und somit musste auf die ein oder andere Weise ein Ausweg getroffen werden. Schon während des langen Krankenlagers hatte er sich und der tödlichen Langeweile zu entgegen auf Lektüre geworfen und zwar, da sich zufälligerweise weder der Amabis, der Umabis noch ein anderer Ritterroman auf dem Schloss hervorfand, notgedrungen auf eine Lektüre ganz absonderliche Art, nämlich auf verschiedene Legendenbücher und insbesondere auf die Flores Sanctorum, das ist die Blumen des Heiligen. Dieses Buch aber strotzte von den außerordentlichen Abenteuern, welche die Heiligen zu bestehen hatten, ehe sie wirkliche Heilige wurden und man kann sich nun denken, welchen Einbruch derlei blütenreiche Bilder auf einen so reizbaren, fantasiereichen und exzentrischen Menschen, wie Loyola es war, machen mussten. Mit unwiderstehlicher Macht prägte sich's in ihm fest. Das hat der heilige Franziskus getan und gerade so will ich es auch machen. Also handelte der heilige Dominikus und also will ich auch handeln. Ja, er vertiefte sich zu Zeiten ganz in die Bedrängnisse, Büßungen, Leiden, Todesqualen und sonstige Heldenstöcklein der Heiligen und dann kamen ihm die Erlebnisse des Florisando von Gallien oder Lictuarde von Griechenland mit jenen verglichen ganz gering und kleinlich vor. Freilich bleibend waren tiefe Eindrücke im Anfang nicht, sondern nur vorübergehend und das Bild der schönen Donner Isabella Rosella, für welcher er damals die feurigste Liebe fühlte, verdrängte sie immer wieder. Aber wie nun, als er sich überzeugte, dass es mit seiner Schönheit vorbei, dass er ein hinkender Krippel geworden sei? Jetzt verschwand die Donner Isabella Rosella und an ihrer Stadt erschien in den erhitzten Fantasiegemälden, die er sich entwarf, eine in viel unaussprechlichere Schönheit strahlende Jungfrau, nämlich die Gotteskönigin selbst, welcher er sich sofort aus vollem Herzen zu eigen gab. Ja, die Gotteskönigin, wir sprechen hier über die Himmelskönigin, wir sprechen hier über Maria, denn in der römisch-katholischen Kirche immer nur die Jungfrau Maria ist. Ja, es war beschlossen. Sie, die Himmelskönigin, wollte er von nun an zur Königin seines Herzens machen und um ihre Huld wollte er werben und wenn sie ihn begünstigte, so musste er ganz gewiss ein so vortrefflicher Heiliger werden als ein Januaris oder Eustachios. Welche Seligkeit aber dann, wenn er wie sie, blinde sehend, stumme redend, taube hörend und kranke aller Art gesund machen konnte, wenn er die Kraft bekam, wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen, trockenen Fußes durch die tiefe Meere zu gehen und unbeschädigt durch die lodernden Flammen zu marschieren, wenn er gleichsam spielend Tote erweckte, Teufel austrieb, die Hölle besiegte und lebendig den Himmel erwarb. Diese Fantasien geben doch nur wieder, dass Ignatius von Loyola meinte, durch, und das werden wir dann später halt lernen, durch mit Dämonen zu arbeiten, gottgleich werden zu können. Auf diese Art, fährt der Autor vor, ging nach und nach eine totale Sindesänderung mit Don Inigo von Loyola vor sich und der frühere, galante Kavalier verwandelte sich, um die Guld Marias zu gewinnen, in einen strengen Nachahmer eines Antonius oder Bachomius. Er kleidete sich sofort, wie seine Biografen berichten, nur noch in grobes, schmutziges Zeug und über sein abgemagertes und ungewaschenes Gesicht vielen, die sonst von rötlichen, salbenduftenden Haare, die von köstlichen, salbenduftenden Haare ungekämmt herab. Ja, Entschuldigung für das Lesen. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Buch auch vorher noch nicht gelesen und die Schrift ist halt nicht immer so, dass ich das sehe und manchmal ergibt sich ein Wort erst, was es heißt, wenn man den Satz zu Ende gelesen hat und das ist für mich auch nicht ganz so einfach. Also, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Also, nochmal. Er kleidete sich sofort, wie seine Biografen berichten, nur noch in grobes, schmutziges Zeug und über sein abgemagertes und ungewaschenes Gesicht fielen die sonst so köstlichen, die sonst von köstlichen, salbenduftenden Haare ungekämmt herab. Auch befleißigte er sich der größten Enthaltsamkeit und fastete oft so lange, dass er vor Kraftlosigkeit ohnmächtig wurde. Während tiefer Ohnmachten aber hatte er, seiner eigenen Aussage nach, nicht bloß vielfache Erscheinungen von Heiligen und besonders auch von der Jungfrau Maria, sondern er sah sich sogar einmal geradezu in den Himmel versetzt, wo ihn Gott Vater allerhöchst eigenhändig hart neben seinen Sohn Jesum Christum platzierte. Man sieht, dass er früher so, dass der früher so wackere Kriegsheld auf dem besten Wege war, ein kompletter Narr zu werden. Und selbst seinem Bruder Don Martin Garcias, dem damaligen Senior und Oberhaupt der Familie, muss sich so vorgekommen sein, denn er bedeutete ihm sehr ernsthaft, sofort das verrückte Zeug aufzugeben und wieder zu werden wie andere Menschen. Der Entschluss, ein Heiliger zu werden, stand jedoch bei Ignatius bereits allzu fest, als dass er Vernunftgründen hätte Gehör schenken können und somit beschloss er, Schloss Loyola unter irgendeinem Vorwande zu verlassen, um sich in dem durch sein wundertätiges Marienbild weltberühmten Kloster und Wallfahrtsort Montserrat in Katalonien, dem Dienste der Mutter förmlich und fürs Leben zu weihen. Der Vorwand war halb gefunden, das heißt, er gab vor, zu den damals in Navarret verweilenden Herzog von Rachera reiten zu wollen, entließ aber da selbst angekommen seine Dienerschaft und machte sich eiligst nach Montserrat auf den Weg. Dort, im März 1522 angekommen, vertauschte er vor allem seine reiche ritterliche Kleidung, bis er auf Befehl seines Bruders, die er auf Befehl seines Bruders wieder hatte anlegen müssen, gegen ein bettelhaftes Pilgergewand. Es bestand aus einem langen Rock von grobem Segeltuch einem Strick um den Leib, woran ein ausgehölter Kürbis statt seiner Tasche hing, einem langen Stabe und ein paar Sandalen. Geißelte dann, um sich für die bisherige Weltlust gehörig zu strafen, seinen Leib bis aufs Blut, legte sofort dem wegen seiner exemplarischen Frömmigkeit hochgefeierten Einsiedler Klanon eine drei Tage andauernde Generalbeichte ab und hielt schließlich nach dem Beispiel des Umades und anderer Romanhelden vor der Kapelle der Himmelskönigin, deren gnadenreichen Bildnis erschwert und Dolchweite eine feierliche Nachtwache zum Zeichen, dass er sich ihr nunmehr als geistigen Ritter gänzlich zu eigen gegeben habe. Auch nannte er sich von jetzt an nur noch den Ritter der Jungfrau hier und da auch zur Abwechslung den Streiter Jesu und fasste von Manon dazu aufgefordert den Entschluss seinem Streben nach dem Heiligtum durch eine Wallfahrt nach Jerusalem die Krone aufzusetzen Doch wollte er sich hierzu vorher noch würdig vorbereiten und zwar durch Bußwerke von solch außerordentlicher Art dass alle Welt zugeben sollte es sei noch niemals die Selbstpein von einem Menschen weiter getrieben worden Zum Schauplatz dieser Buße wählte er sich wählte er sich die auf dem Wege nach dem Seehafen Barcelona von wo er sich später nach Jerusalem einschiffen wollte gelegene kleine Stadt Manresa und begab sich sofort nach dem dortigen Hospitale zum Heiligen Lukas um von nun an mitten unter Bettlern und Kranken zu leben Auch schlief er in keinem Bett und nicht einmal auf Stroh sondern auf dem bloßen nackten Erdboden und nährte sich die ganze Woche hindurch von nichts als Wasser und Brot welch letzteres er auf der Straße erbettelte Dazu hin gürtete er sich eine eiserne Kette um den Leib mit der er sich täglich dreimal öffentlich peitschte und bediente sich nie mehr eines Kamms oder Schermessers so dass sein Aussehen bald ein wahrhaft grauenhaftes wurde da muss ich doch mal kurz eben einen kleinen Kommentar geben Er gürtete sich eine eiserne Kette um den Leib mit der er sich täglich dreimal öffentlich peitschte Da kann ich ja mir gar nicht weiter helfen und muss euch mal eben ein Bild zeigen von Opus Dei Habt ihr da schon mal von gehört Opus Dei ist eine Geheimorganisation also eine Geheimgesellschaft innerhalb der Organisation der Jesuiten die vor allen Dingen dafür bekannt steht dass sie sich selbst geißelt und es gibt hier einige Apparate wie zum Beispiel hier abgebildet hier mit der Peitsche mit denen die Leute sich selbst geißeln hier zum Beispiel eine Metallkette genau wie Loyola und die Leute von Opus Dei müssen diese Metallkette ich habe da auch früher schon mal in einem Video drüber gesprochen ich glaube das war von Babylon nach Rom Alexander Hislop der hat das ja auch erzählt die müssen sich um ihre Oberschenkel diese Kette machen weil um die Oberschenkel da tragen sie ja Kleidung drüber das sieht man ja nicht und müssen sich so geißeln den ganzen Tag und es gibt also mindestens zwei vielleicht sind es in der Zwischenzeit noch mehr aber mindestens zwei der obersten Richter des amerikanischen obersten Gerichtshof des United States Supreme Court sind Mitglieder von Opus Dei ja und das hat ja nun also wirklich mit Göttlichkeit oder mit Gehorsam gegenüber dem Schöpfergott nicht viel zu tun sich selbst zu geißeln im Gegenteil wir sollen unseren Körper achten achten und in gutem Zustand erhalten und das tut man ja nun nicht wenn man sich selbst solche blutigen Spuren zufügt und da also Opus Dei eine Geheimorganisation innerhalb der Jesuiten ist fällt mir das eben auf oder fällt mir das dazu ein dass ich hier eben mal kurz den Kommentar machen möchte um euch das ein wenig mehr zu erklären eben deswegen fährt der Auto fort sprangen ihm auch die Gassenjungen so wie sie seiner ansichtig wurden mit großem Geschrei nach und bewarfen ihn mit faulen Eiern oder Kot er aber trug alles ohne Murren und freute sich sogar noch darüber weil es ihm ein Beweis war dass sein Leib nunmehr unrein genug sei um ein der Zertrümmerung würdiges Gefäß der Sünde darzustellen man wird fast ermuntert zu glauben an den Glöckner von Notre Dame wenn man sich so vorstellt wie der ausgesehen haben muss so trieb erst mehrere Monate lang da entdeckte ein Zufall seine vornehme Geburt und nun drängten sich nicht mehr bloß die Gassenjungen sondern auch die Erwachsenen welche ihn bisher unbeachtet gelassen hatten weil sie ihn für einen bettelhaften und halb verrückten Vagabunden hielten herzu um den Mann zu sehen der statt seinen Platz unter den glücklichen und bevorzugten diese Erde einzunehmen wie ihm gebührte also als Adliger sich freiwillig zum elendesten der Menschen machte das war aber gar nicht nach seinem Sinn sondern diese arge Zudringlichkeit der Mann der Mann Resen das ist ja in der Stadt Mann Resa deswegen die arge Zudringlichkeit der Mann Resen welche ihren Spott und Hohn unter der Maske der Teilnahme verbargen geniert das Wort verstehe ich jetzt hier nicht genierte ihn gar sehr genierte ah ja ja Entschuldigung ja okay so ist das wenn man das manchmal zum ersten Mal liest das war aber gar nicht nach seinem Sinn sondern die arge Zudringlichkeit der Mann Resen welche ihren Spott und Hohn unter der Maske der Teilnahme verbargen genierte ihn gar sehr und so entfloh er nach einer in der Nähe befindlichen Felsenhöhle zu der er sich mitten durch Dornen und sonstiges stachliges Gesträuch einen Weg bahnte übrigens ein wenig kürzer ist dasselbe was hier steht alles auch beschrieben in dem Buch Herrscher des Bösen Rulers of Evil hier in dieser Höhle nun trieb er es mit den Bußübungen womöglich noch ärger als zuvor und er nahm oft mehrere Tage lang auch nicht das geringste von Speise oder Trank zu sich wenn er aber dann das Fasten brach um nicht die Sünde des Selbstmords durch Hunger auf sich zu laden so begnügte er sich mit einigen Wurzeln die vor seiner Höhle wuchsen aber auch mit altem verschimmelten Brote das er sich vom Spitale mitgenommen hatte über dem peitschte er sich mit seiner Kette jetzt fast dreimal statt dreimal sechsmal betete täglich sieben Stunden lang auf den bloßen Knien liegend und entzog sich um das Maß der Kasteiung voll zu machen den Schlaf so lange er nur konnte infolgedessen bekam er wie man sich wohl denken kann bald das Ansehen eines Marterbildes und zudem wurde er so schwach dass er von einer Ohnmacht in die andere fiel dennoch aber peinigte ihn unaufhörlich die schrecklichste Gewissensangst in dem er glaubte immer noch nicht streng genug zu büßen und seine verwirrt gewordene Einbildungskraft malte ihm deshalb die allertollsten Visionen aus da sah er den Teufel mehr als ein Dutzend Mal mit Hörnern Klauen Klumpfuß und schwarzem Gefichte er sah aber auch den Heiland der umgeben von den Herrscharen der Heiligen und Seligen auszog den Satan und seine Untergebenen zu bekämpfen ein anderes Mal sah er die heilige Dreieinigkeit in der Form von drei aufs engste miteinander verbunden und an einem Stiel hängenden Klaviertasten und nicht minder stellte sich seinem geistigen Auge die sich in den wirklichen Gottesmenschen verwandelnde Hostier dar also das Brot das während der Eucharistie in der römisch-katholischen Kirche gegeben wird kurz er hatte während dieser Periode seines Lebens die allermerkwürdigsten Erscheinungen und wer dieselben näher kennenlernen will der lese das Buch der geistlichen Übungen der spirituellen der geistlichen Übung von Ignatius von Loyola das ein Ausbildungsbuch heute noch für diesen Orden ist und da habe ich viel drüber erzählt in dem Buch Cold World Babylon von P.D. Stewart das ist leider nur in Englisch aber da haben wir natürlich da sind Brett und ich sehr tief auf diese geistlichen Übungen mit eingegangen und diese geistlichen Übungen sind im Grunde etwas was heute jedem Menschen auch verständlich ist weil diese geistlichen Übungen die werden gemacht mit Hilfe des wie die Jesuiten das nennen Ratio Studiorum wie zum Beispiel Fernsehen Unterhaltung wenn man das mal eben ins Englische übersetzt Unterhaltung dann heißt es Entertainment Entertainment wenn man das Wort dann analysiert dann besteht es aus Entertainment Tain und Ment Enter reinlassen Tain um zu besitzen und Ment in dem Zustand des Besessenen lassen wenn ich fernsehe dann lade ich den Dämonen ein um Besitz von mir zu nehmen und um mich in dem Status der Besessenheit zu halten das sind auch geistliche Übungen ohne dass wir das uns bewusst von sind aber die geistlichen Übungen wie sie von Loyola in seinem Buch beschrieben wurden werden heute gebraucht in Seminaren wo Priester und Pastoren ausgebildet werden selbst die siebentags adventistische Kirche macht bereits Gebrauch von den spirituellen Übungen des Loyola also von wegen die siebentags Adventisten sind eine protestantische Bewegung nein es gibt keine protestantische organisierte Kirche auf dieser Welt mehr so leid mir das tut den Traum muss ich euch hier kaputt machen gibt es nicht und diese geistigen Übungen da könnt ihr euch ja mal ein wenig selbst mit befassen ich kann ja auch nicht überall ein Buch zu lesen aber die Ausbildung der Jesuiten vom Novizen zum Coadjutator und dann zum Scholastiker und schließlich zum Professor oder zum Profess so wie es im Englischen heißt ich kenne die deutsche Übersetzung nicht für das ist voll mit diesen geistigen Übungen diese spirituellen Übungen und diese spirituellen Übungen sind im Grunde nichts anderes als dass man seinen Geist aufstellt dafür um Besitz ergreifen zu lassen von einem Dämon von einem gefallenen Engel man verkauft sich an Satan das ist kein blödes Gequatsche das ist tatsächlich so diese geistigen Übungen sorgen dafür dass ein Jesuit während seiner Ausbildung wie ein Kadaver wird also Kadaver Gehorsam wie ihr euch vielleicht noch erinnert aus der Lesung von Herrscher des Bösen ja Perende Ak Kadaver wie es in Latein heißt das ist ein Wort was in ihrem Eid selbst drin steht also das sauge ich mir nicht aus dem Daumen das ist tatsächlich so das ist ganz offiziell jesuitische Lehre und man kann nur Perende Ak Kadaver sein wenn man sein eigenes Gewissen vollständig kapitulieren lässt und dafür dienen auch diese geistigen Übungen die man auch als Schizophrenen Übungen benennen kann als Persönlichkeitsspalten und wie auch immer es gibt so viele Namen mit denen man das benennen kann aber ich wollte euch nur mal eben den Punkt machen dass diese geistlichen Übungen wo er ja ein ganzes Buch drüber geschrieben hat und wie der Autor hier sagt wer darüber mehr wissen will der lese das Buch die geistlichen Übungen in welchen sie mit noch vielen anderen zwischen Anführungszeichen sage ich mal wunderbaren später von ihm aufgezeichnet wurden diesen ekstatischen Seelenzustand musste er übrigens gar teuer erkaufen denn er kam dem Hungertode so nah dass er einmal volle acht Tage vor Schwäche besinnungslos da lag und er wäre damals auch ganz sicher gestorben wenn ihn nicht zufällig vorübergehende aufgefunden und als bald in den Spital der Stadt geschafft hätten also in das Spital in das Krankenhaus der Stadt geschafft hätten hier erholte er sich unter der guten Pflege die man ihm angedeihen ließ halb wieder und zwar nicht bloß körperlich sondern auch geistig verschiedene Unterredungen nämlich die er mit den geistlichen welchen er beichtete hatte brachten ihn zur Einsicht dass er die Heiligwerdung nicht sowohl oder wenigstens nicht einzig und allein durch strenge Bußübungen und Selbstbeinigung erstreben könne sondern dass die Bekehrung anderer zur Bußfertigkeit besonders die Belehrung der Heiden ihn viel schneller und sicherer seinem Ziele entgegenführt nun bevor ich jetzt weiterlese möchte ich doch mal kurz eine kleine Bemerkung hier abgeben über das was ich gerade gelesen habe verschiedene Unterredungen mit anderen Geistlichen denen er gebeichtet hat brachten ihn zur Einsicht dass Heiligwerdung nicht sowohl oder wenigstens nicht einzig und allein durch strenge Bußübungen und Selbstbeinigung erstreben konnte das erinnert mich zumindest wenn ich mich an den Film erinnere ich kann ja Luthers Leben selbst nicht aber wenn ich mich an den Film erinnere von 2004 auch an Luther Luther hat sich doch auch ständig gestraft er hat sich nicht gegeißelt vielleicht wie Loyola das getan hat er hat sich nicht ausgehungert wie Loyola das getan hat er hat keine geistigen Übungen also keine spirituellen Übungen gemacht wie Loyola das gemacht hat aber aber Luther war doch auch sich seiner Erlösung nicht sicher und hat Gott teilweise verflucht und angeschrien in dem Film dann doch zumindest um deutlich zu machen er sucht Gott und er sucht seine Nähe und hat das auch versucht sich selbst zu geißeln aber nicht so schlimm wie Loyola das hier gemacht hat und war auch auf der Suche danach nur das Problem ist Loyola macht das auf eine Art und Weise die absolut nichts mit der Bibel zu tun hat und Luther hat das auch auf eine Art und Weise gemacht die nichts mit der Bibel zu tun hat aber Luther hat das gemacht im sage ich jetzt mal Schutz des Augustinerordens also im Schutz des Mönchsordens wobei Loyola hier in die freie Wildbahn geht und sich deswegen so austobt aber irgendwo sehe ich da ein Gleichnis zwischen diesen beiden also eine Übereinkunft zwischen diesen beiden weil Loyola hat das gemacht weil er heilig werden wollte Martin Luther hat das gemacht weil er Erlösungssicherheit haben wollte ja also die Beweggründe waren ganz anders und wie wir weiter dann lesen werden in diesem Buch Loyola seine seine Gebete wurden erhört von seinem Gott und Luther seine Gebete wurden erhört von seinem Gott nur sprechen wir da nicht über denselben Gott obwohl Luther damals noch in der römisch-katholischen Kirche war hat Gott der Vater ihn erhört naja kann man jetzt auch nicht sagen biblisch korrekt ist das nicht wenn ich sage er hat ihn erhört Luther war schon vorbestimmt dazu und der Vater hat ihn halt gezogen zum Sohn so und Loyola der wurde dann halt erhört von seinen Dämonen denen er sich verkauft hat aber ich sehe hier also irgendwo schon ein Gleichnis zwischen diesen beiden weil dieses dieses Streben nach Perfektion im Glauben das hatten Luther und Loyola gemeinsam nur die Motive und die Wege waren äußerst unterschiedlich und die bei Luther haben zum Schöpfungsgott der Bibel geführt und die von Loyola haben zum Satan geführt also fahren wir fort hier ähm Pönitens sei wohl von großem Wert sagte ihm jener Beichtvater aber noch wertvoller sei die Predigt welche zum Herzen bringe und jeder der Christentum gewonnene Heide könne als eine Staffel der großen Leiter auf der man in den Himmelsteige betrachtet werden okay ich hoffe ich habe den Satz hier nicht zu doll abgeschlacht ja Pönitens sei wohl von großem Wert aber noch wertvoller sei die Predigt welche zum Herzen bringe und jeder dem Christentum gewonnene Heide könne als eine Stufe der großen Leiter auf der man in den Himmelsteige betrachtet werden dies leuchtete dem Ritter der Jungfrau ein und über dem begriff er dass man um das Geschäft der Heidenbelehrung übernehmen zu können Gesundheit und Kräfte besitzen müsse deswegen fastete er auch von jetzt an nicht mehr so streng geißelte sich nicht mehr so oft beschnitt sich die Haare Bart und Nägel warf einen groben Kittel weg seinen groben Kittel weg und wurde wieder ein manierlicher Mensch vor dem man seinen Abscheu keinen vor dem man keinen Abscheu und Ekel mehr zu haben brauchte zugleich aber sprach er sich entschieden dahin aus dass er nun die Wallfahrt nach Jerusalem nicht mehr länger verschieben könne denn seine Bestimmung sei alle Türken und Muhammedaner zu belehren solche Wandlungen gingen in der Seele des Don Inigo Lopez von Loyola von und Ricalde in der Zeit eines kurzen Jahres vor und man ersieht hieraus welche ungeheuerlichen Folgen ein fehlerhaft geheiltes Bein nach sich ziehen kann und damit kommen wir bereits zum zweiten Kapitel schauen wie lange sind wir 38 Minuten dann werde ich das zweite Kapitel nochmal noch anfangen hier die Kreuz und Querzüge des neuen Heiligen und die sieben ersten Jesuiten auf nach Jerusalem und Palästina zur Türken Belehrung Ja Leute mit den ganzen Einwanderern in Deutschland die alle zu uns kommen die ganzen Türken die ganzen Muselmänner die ganzen islamischen betrogenen Seelen vielleicht sollten wir das auch machen vielleicht sollten wir auch nach Jerusalem und Palästina gehen und da die Islam die Islam Gläubigen die Muslime bekehren Das ist also hier das Schlagwort von Ignatius von Loyola Auf nach Jerusalem und Palästina zur Türken Belehrung war jetzt die Losung des belehrten Ignatius und er machte sich auch in der Tat gleich zu Anfang des Jahres 1523 auf den Weg nach Barcelona um sich von da zunächst nach Italien einzuschiffen Geld hatte er keines aber das kümmerte ihn wenig denn er war ja schon ans Betteln gewöhnt und brachte auch richtig so viel zusammen dass er nicht nur bis Barcelona nicht verhungerte sondern sich auch noch im Stande sah den Überfahrtspreis nach Gaeta im Neapolitanischen zu bezahlen dort angekommen marschierte er sofort natürlich abermals bettelnd gehen Rom weiter traf da selbst am Psalmsonntag ein und ließ nun natürlicherweise seine erste Sorge sein in sämtlichen Stationen und Kirchen welche Pilgrimme zu besuchen pflegen seine Andacht zu verrichten auch hatte er das unaussprechliche Glück am Karfreitag den 5. April mit anderen Wallfahrern den Segen seiner Heiligkeit des Papstes Hadrian VI zu empfangen und einige Biografen wollen sogar wissen dass ihn der Papst zum Fußkuss zugelassen habe doch lasse ich dieses dahingestellt und bemerke dagegen dass Inigo auch in Rom sein Leben mit Betteln fristete und die Nächte meist in einem elenden Schuppen zubrachte Am 12. April also nach einer Woche nach sieben Tagen am 12. April trat er die Weiterreise nach Venedig an und zwar wie sich von selbst versteht abermals bettelnd und zu Fuß allein so gewohnt er diese Art zu reisen auch war so wäre er derselben diesmal doch fast erlegen denn man hielt ihn seines erbärmlichen Aufsehens halber überall für einen Pestkranken damals wütete diese Seuche auf eine wirklich unbarmherzige Weise in Oberitalien so achso ich war zu weit oben mit meiner Maus also man hatte ihn für einen Pestkranken gehalten und damals wütete diese Seuche auf eine wirklich unbarmherzige Weise in Oberitalien und man ließ ihn daher in keine Stadt ein so war er nicht nur genötigt stets unter offenem Himmel zu schlafen was sich als sehr nachteilig für seine Gesundheit erwies sondern er fand auch nur selten Gelegenheit Almosen zu erbetteln und musste deshalb oft entsetzlich Hunger leiden endlich gelang es ihm doch Venedig zu erreichen und was noch mehr wert war er verstand es sich durch das Tor ein zu schmuggeln ohne von den Wächtern angehalten zu werden an Nahrung fehlte es ihm nicht mehr denn es gab denn es gab all da viel mildtätige Herzen und das Glück wollte ihm sogar so wohl dass ihm ein vornehmer Spanier den er darum ansprach der Herzog Andrea Gritti auf einer venezianischen Staatsgalere eine unentgeltliche Schiffsgelegenheit nach Jaffa in Palästina verschaffte auf diesem Schiffe jedoch auf das er sich am 14 Juli begab wäre es ihm beinahe schlecht ergangen er benutzte nämlich seine viele freie Zeit während der Fahrt dazu den unflätig redenden Matrosen mit großem Eifer bessere Sitten zu predigen und diese darüber erbost hätten ihn deshalb um ein kleines ins Wasser geworfen mein Gott und der Schiffskapitän nahmen sich seine an allein Gott und der Schiffskapitän nahmen sich seine an und so erreichte er am 1. September das vorgesteckte Ziel ganz ungefährdet ich muss mal ganz ehrlich sagen so wie ich das hier lese da spielt sich so vor meinem geistigen Auge das sind keine spirituellen Hüben da spielt sich so vor meinem geistigen Auge so einen Film da frage mich warum gehen die Leute eigentlich in solche bescheuerten Filme ins Kino die so mit Millionen Dollar produziert werden man könnte jeder mal einen ganz tollen Film machen über das Leben von Ignatius von Loyola und nicht nur das ich meine wirkliche Geschichte wenn man diese ganzen Bücher liest wirkliche Geschichte ist so viel besser als und so erreichte er am 1. September das vorgesteckte Ziel ganz ungefährdet jetzt befand er sich also in Palästina woher er sich schon so lange gesehnt hatte und nunmehr ging es auf Jerusalem zu dass er mit einer Pilgerkarawane am 4. September wohlbehalten erreichte kaum aber hatte er die heiligen Orte da selbst besucht und überall wo Christus vor anderthalb tausend Jahren gewandelt seine Andacht verrichtet so beeilte er sich diejenigen Schritte zu tun welche ihm seinem Hauptziel der Belehrung der Türken näher bringen sollten weil anderen Worten er meldete sich sofort beim Pater Pater Provinzial der Franziskaner in Jerusalem und er bat sich von ihm die Erlaubnis mit seinen Belehrungspredigten beginnen zu dürfen Der Provinzial ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein fand aber zu seinem großen Erstaunen dass der Belehrungseiferer nicht bloß von der türkischen Sprache und Religion gar nichts auch nicht das geringste wissen sondern dass derselbe sogar im Christentum selbst das ist was man sagt in Theologikis in der wissenschaftlichen Kenntnis dessen dass Christus lehrt ein totaler Laie sei und ein solch durch und durch unwissender Mensch der noch dazu in ganz Bettler und vagabunden mäßiges Aussehen hatte glaubte sich fähig ein so hoch wichtiges Werk wie die Erziehung andersgläubiger zu Christen doch war unternehmen zu können ein ein solches unterfangen musste dem Provinzial wie der barste Unsinn vorkommen und er sagte dies auch dem Ignaz ins Gesicht letzterer meinte nun zwar Gott könnte vielleicht mit einem Wunder ins Mittel treten und durch einen Macht Spruch bewirken dass die Türken seine spanischen Predigten verständen allein über diese Ansicht schüttelt der Provinzial noch heftiger als vorhin den Kopf und befahl dem Ignaz als bald wieder nach Europa zurückzukehren also das ist er hier muss ich das mal vorstellen der hat vom Christentum keine Ahnung wovon ich immer sagen muss was hier im Buch natürlich mit Christentum steht ist natürlich Katholizismus okay er hat keine Ahnung vom Islam er weiß nicht woran die Leute glauben und wie sie leben und er hat keine Ahnung vom Katholizismus und will die dann bekehren und der Provinzial schüttelt nur sein Kopf und sagt was für Idioten haben die hier reingelassen er schüttelt noch heftiger den Kopf als vorher und befahl dem Ignaz als bei wie nach Europa zu geh zurück wo du herkommst kein Mensch braucht die hier ja als dieser sie nicht gleich fügen wollte glaube ich auch dass er sie nicht fügen wollte nannte er ihn einen Bettler Millionär und ließ ihn Kraft seiner vom Papst erhaltenen Vollmacht alle Pilgrim nicht anstünden auszuweisen auf ein kleines und Venedig auf ein kleines nach Venedig bestimmtes Schiff bringen auf welchem derselbe nach seiner Fahrt von einigen Monaten Ende Januar 1524 gründlich an Ort und Stelle anlangt also mit anderen Worten der Provinzial hat die Schnauze voll sagt ich habe die Macht vom Papst jeden Pilger der mir nicht ansteht auszuweisen ich schicke den auf ein Schiff das geht nach Venedig und Ende Januar 1524 kam er da wieder an also Entschuldigung für meinen Lachanfall wie gesagt ich habe das Brawler nicht gelesen das ist so eine Bildsprache wie der Griesinger das hier schreibt da merkt man natürlich dass der Griesinger vorher Billetristik geschrieben hat also Unterhaltungsromane und so der hat eine Erfahrung da drin wie man solche Sachen schreiben muss ich finde diese Sätze also schon sehr sehr gut geschrieben naja und je flüssiger ich das lese desto leichter empfinde na gut wie weit sind wir denn schon so endlichte die Pilgrimfahrt nach Palästina auf eine fast lächerliche Weise einen kleinen Schluck trinken eben Entschuldigung allein sie hatte doch das Gute dass Ignatz nunmehr zur Einsicht seiner Unwissenheit gelangte und sich zugleich überzeugte wie er unmöglich je als Prediger und Bekehrer wirken könne wenn er nicht vorher die Wissenschaft vom Christentum das ist die heilige Theologica studiert habe aber wie dies möglich machen er zählte damals bereits seine 33 Jahre und hatte noch nicht einmal die geringste Grundlage des Lateinischen außerdem bestand sein ganzer Reichtum aus dem Gewande das er auf dem Leibe trug elenden Beinkleidern von Segeltuch die kaum bis an die Knie reichten einer schwarzen zerrissenen Weste und einem langen Zwilchrocke voller Löcher Doch setzte er sich über dies alles hinweg und beschloss sofort nach Barcelona zurückzukehren um dort seine Studien zu beginnen Gott und die heilige Maria deren Ritter ich bin dachte er wird mir schon weiterhelfen und ich hoffe mit Leichtigkeit so viel zusammenzubetteln dass ich meine Studien vollenden kann in der Tat machte er sich auch sofort von Venedig nach Genua auf den Weg musste aber wegen des Krieges der damals zwischen Franz dem ersten von Frankreich und Kaiser Karl V von Deutschland und Spanien geführt wurde manche Fährlichkeit erdulden ehe er dahin kam unter anderem wurde er von den Spaniern aufgefangen und als der Spioniererei verdächtigt mit dem Staubwesen traktiert unter anderem wurde er von den Spaniern aufgefangen und als der Spioniererei verdächtigt und mit dem Staubwesen traktiert also was ein Staubwesen ist weiß ich nicht auf jeden Fall wurde er damit traktiert und ja natürlich er ist ein Spanier der aus Italien kommt und wenn die im Krieg sind dann glauben natürlich die Spanier dass er ein Spion ist und schön dass wir hier mal die Geschichte lernen von Franz I. in Frankreich und Kaiser Karl V. dem großen Widersacher von Martin Luther in der Wie er jedoch Genua erreicht hatte wurde ihm das Glück zuteil von dem Befehlshaber der Spanischen Galären Rodríguez Fortundo einem früheren Bekannten mit einem Freiplatz auf einem Schiffe bedacht zu werden und mit dieser Gelegenheit langte er ohne weitere Abenteuer wohlbehalten in Barcelona an Nun begann eine neue Periode im Leben Don Inigius nämlich die Periode des Studierens denn seinem Vorsatz treu suchte derselbe sogleich den Lehrer der Grammatik Hieronymus Arabale auf und meldete sich bei ihm als Schüler an Der Professor betrachtete sich den Knaben von 33 Jahren mit etwas sonderbaren Augen nahm ihn aber doch gratis auf und von nun an saß Ignatius zwei Jahre lang perpetuierlich also ständig in der lateinischen Schule perpetuierlich kommt von perpetuum mobile also ständig allein wie unendlich schwer es in seinem Alter mit dem Deflinieren und Konjugieren ging also weiß nicht ob Deklinieren wahrscheinlich also das sind grammatische Ausdrücke hier mit dem Deklinieren und Konjugieren ging welch sonderbare Gedanken ihm oft kamen wenn er Amo Amas Amat Herr sagte wie sehr er von seinem 25 Jahre jüngeren Mitschülern ausgespottet wurde und wie hart er nebenbei bei seiner großen Armut mit das Lebensnot dürfte zu kämpfen hatte kann man sich denken oft und viel war er daher im Begriff davon zu laufen und es wäre auch sicherlich geschehen wenn ihm zwei Freundinnen die er sich in dieser Zeit gewann die Jungfrau Isabella Roselli und die Dame Agnes Pasquali nicht in seinen Bestrebungen auf alle Weise besonders auch mit Geld und guten Ratschlägen aufs Außerordentlichste unterstützt haben würden also er hatte zwei Damen gefunden die ihn unterstützen finanziell und mit Ratschlägen somit hielt er wirklich aus und um ja nicht mehr rückfällig zu werden hat er seinen Lehrer ihm doch ganz gewiss die Rute ebenso gut zu geben bat er seinen Lehrer also somit hielt er wirklich aus und um ja nicht mehr rückfällig zu werden bat er seinen Lehrer ihm doch ganz gewiss die Rute ebenso zu geben als den anderen Schulbuben kurz er studierte das Lateinische mit einem in der Tat staunenswerten Eifer vergaß aber dabei auch nicht sich in dem zu üben was er sich seinem Lebenszweck gesetzt hatte nämlich im Belehren derer die der Belehrung bedürftig waren auch erzielte er hier und da gute Erfolge denn er besaß eine äußerst hinreißende Beretsamkeit und genierte sich nicht dieselbe auf öffentlichen Plätzen oder gar in Kneipen geltend zu machen einmal jedoch als er es versuchte die Nonnen eines gewissen Klosters wo es sehr unzüchtig zuging in fromme Gottesfrauen umzuschaffen erhielt er von deren Liebhabern eine solch furchtbare Tracht Prügel erhielt er von deren Liebhabern eine solch furchtbare Tracht Prügel dass er für tot auf dem Platze liegen blieb und nur erst nach einer Kur von verschiedenen Wochen wieder gesundete trotzdem setzte er das Predigen sogleich nach seiner Genesung wieder fort indem er die feste Überzeugung hegte dass jene Misshandlung nur eine Prüfung gewesen sei welche ihm Gott auferlegt habe also solche Prüfungen legt Gott der Gott der Bibel nicht auf mal eben gucken es geht noch eine ganze Ecke weiter gut dann lesen wir hier mal noch eben weiter aber nicht mehr allzu lange weil wir sind schon fast bei einer Stunde jetzt 55 Minuten 55 Minuten dann machen wir hier mal Schluss auf Seite 38 haben wir ja gut 21 Seiten jetzt gelesen glaube ich ne 11 von Seite 27 an das ist ja auch schon mal ganz ordentlich also ich muss mich dafür entschuldigen wenn das hier ein bisschen mit mir durch geht aber ich lese das halt zum ersten Mal und wenn das dann so zwischen Anführungszeichen lustig rüberkommt ist ja gut das ist halt eine lebendige Buchlesung bei der man ein bisschen was erlebt und bei der man dann auch noch mal ein bisschen Spaß haben kann auf die Art und Weise wie das hier geschrieben ist ich meine das ist ein ernstes Buch und ich will da auch überhaupt nicht irgendwas von wegnehmen an der Ernstlichkeit der ganzen Sache aber lachen muss man ja auch irgendwann mal und so wie der Griesinger das hier schreibt fand ich das schon ein ganz interessantes ganz interessant so zu lesen und die Art und Weise wie Loyola sich also selbst kasteit hat was man halt wieder erkennt in Opus Dei in der Geheimorganisation der Jesuiten die aus den Jesuiten herauskommt da kann man ja sehen wo das im Grunde seinen Ursprung hier schon hat mit Ignatius von Loyola der das selbst getan hat seine Pilgerreise nach Jerusalem hat von Tuten und Blasen keine Ahnung aber will den Leuten erzählen wie man Dudelsack bläst also ich meine so geht das ja nun auch nicht und das ging damals nicht so und das geht heute auch nicht so das geht heute nicht so und das ging damals auch nicht so wie auch immer man das drehen will aber dass der Ignatius von Loyola ein Eifer hatte das zu tun das kann man ihm gar nicht absprechen das ist ich möchte das vielleicht ein bisschen damit vergleichen wie ich getrieben werde hier so meine Lesungen zu machen und viele andere dazu getrieben werden ihre guten Werke zu machen nur die Werke die ich mache mit dieser Lesung hier und die andere viele andere im Namen Jesu Christi tun das sind wirklich gute Werke die uns auferlegt werden oder zu denen wir befähigt werden durch den Heiligen Geist weil wir Rechtschaffen gemacht sind und diese Werke sind nur ein Zeichen unserer Rechtschaffenheit die wir durch Jesus Christus bekommen haben bei Ignatius von Loyola kann man auch hier schon im Ansatz verstehen geht es darum dass er durch diese Werke eben seine Erlösung haben will und das ist die römisch-katholische Lehre und das ist der große Unterschied und das ist vielleicht eine Lektion die wir aus der Lesung heute beibehalten sollten dass man sich erniedrigen soll und dass man sich vor allen Dingen nicht so eitel und alles fühlen soll wie Ignatius das auch getan hat Hochmut kommt vor dem Fall sagen sie und hochmütig war der Spanier ganz sicher sein Leben lang auch wenn er sich dann so erniedrigt hat aber er hat sich ja im Grunde nur erniedrigt um danach eine hohe Position haben zu wollen und diese Beweggründe sind falsch er hat es getan aus Eitelkeit und Selbstbefriedigung und Selbstachtung und nicht um sich im Angesicht Gottes zu erniedrigen und sich als Sünder zu bekennen dann wäre ein anderer Geist in ihn eingefahren aber so sollte es nicht sein und wie es mit Loyola weitergeht das werden wir dann in der nächsten in der dritten Lesung klären ich danke fürs Zuhören Zuschauen Kommentieren und bis zum nächsten Mal Jörg von Jogler 66 Stunde der Wahrheit wünsche euch noch einen schönen Tag und will Gott euch behüten und beschützen auf all euren Wegen bis zum nächsten Mal Tschüss Jörg von Jogler 43 1-3-4-5-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-7-6-6-7-6-6-6-7-8-7-5-7-6-7. Er sagt, in his heart, there is no God. God tells us what to do. Some obey, some resist. The fool says in his heart that God does not exist. This is how the foolish justify the evil they have done. It takes a fool to say there is no God. Psalm 14, verse 1 The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The fool has said in his heart, there is no God. There is none that doeth good. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. The fool has said in his heart, there is no God. Vielen Dank.